KOS.de informiert über die Belüftungspumpe H100 von HALLEA. Membrankompressoren in attraktivem Design mit sehr hoher Luftleistung. Das sind die Eckdaten der Belüftungspumpe H100. Sie ist sehr gut geeignet für Belüftungssysteme mit hohem Gegendruck bzw. tief im Wasser hängenden Belüftersteinen. Das dunkelgrau lackierte Aluminiumgehäuse mit intelligenter mehrstufiger Schalldämmung sorgt für ein sehr niedriges Betriebsgeräusch. Es ist darüber hinaus gegen eindringendes Wasser geschützt, damit ist ein Aufstellen der Kompressoren im Freien möglich. Die Leistungsaufnahme liegt bei 80 Watt. Die Luftfördermenge, ohne Gegendruck, liegt bei 6000 Liter pro Stunde, also 100 Liter in der Minute. Der Maximaldruck liegt bei 0,038 Megapaskal, also liegt die maximale Wassertiefe bei 3,8 Meter. Die Lautstärke ist mit weniger als 45 Dezibel angegeben. Das Gewicht liegt bei 8,5 Kilogramm. Sie sahen eine Produktinformation von KOS.de. Alles für Ihren Teich. Ant Поэтому Federpliciert wird das Gewicht bedrug eyeshadowierung von KOS.de. Aber es war so Literatur. Das Heu valve wenn man Arten es lange über 60. Er macht Tö Vielen Dank.